Tagesenergie, Donnerstag, 11. November. Geld und Lebensfreude ist heute ein wichtiges Thema. Es ist außerdem das Martinsfest. Martin ist ja der Schutzbedrohende armen Leute oder der Bettler, denn Martin teilte seinen letzten Mantel mit einem Bettler. Gansl haben ihn angeblich verraten und daher gibt es dann, alle Jahre, ein Gansl essen. Und das ist für viele ein besonderer Genuss. Weiters beginnt heute um 11.11. Fasching. Sie können heute rechtzeitig vor Weihnachten noch gut Frieden schließen, wenn Sie mit jemand in Umstimmigkeit sind. Wenn Sie umsiedeln wollen oder Tiere ins Haus holen, eignet sich der heutige Tag besonders gut dafür. Außerdem gibt es heute großes Feuchtigkeitsempfinden und es wäre besser, nur kurz und öfter Stoß zu lüften. Es gibt viel Logik, Lernen und Studieren fällt leicht. Und die Bauernregel heißt, wenn zu Martin Nebel ziehen, wird der Winter meist gelinnt. TV 21 Austria Einfach anders!